Ich glaube, ich werde bei allen so ein bisschen auf Attacke gehen heute Abend. Hast du Hunger? Boah, ich muss irgendwas essen. Ja, ich auch. Da ist die Küche, da ist eine nervige Person in der Küche, auch zwei. Ja, die Anna ist eine coole Frau. Gucken wir mal. Und wer gefällt dir so, Barking? Schieß mal los. Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwer mich so richtig umhaut. Das ist es nicht. Aber es sind coole Frauen hier. Also... Ich weiß immer noch nicht, was dein Type ist. Man muss einfach passen, so Ausstrahlung muss da sein, weißt du? Ich sage das auch immer. Zum Beispiel, wenn du so schüchtern bist. Ich mag schüchterne Männer nicht. Und die sind ja alle so... Aber das ist halt heutzutage das Problem. Die Männer sind keine Männer mehr. Nein, du musst die klären einfach. Ja. Und meinst du, bei ihm wird es was mit seiner Ex-Freundin? Kann schon sein, ja. Er wirkt wie so ein lieber Junge wirklich, ne? Wo ist eigentlich deine Perle? Ja, was ist da jetzt so der Stammt? Ich habe vorher noch mal mit dir geredet und sie hat gesagt, sie wünscht sich von dir eine Aktion. Also Taten, nicht nur Gelaber. Dann werde ich das machen. Dann werde ich einfach auf Attacke gehen.